hallo freunde herzlich willkommen zurück bei mir herzlich willkommen zurück bei london simulator 22 in elm creek ja 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 muss mal in mir gucken was hier los ist haben 16 ich weiß nicht was wir noch warten wir haben unkraut das ist nicht schön das ist gar nicht richtig kalt ja 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 ich kann ja nur ich bin sehr schön dann haben wir hier diese überhaupt kein unkraut da sehr interessant und 100 prozent gedüngt so als im wachstum gehört dir ja also mir praktisch so und dann schauen wir hier noch mal so ein kraut 50 prozent gedüngt 100 auch weizen so haben wir hier noch immer auch kein unkraut wir haben nur hier auf dem feld und kraut wie sollen wir denn die unkraut dann gehen wir doch mal drüber oder gehen wir doch mal drüber wo ist denn unser wo ist denn unser da ist er doch so genau machen wir hier ab machen wir ab das ding so einmal hier was haben wir denn da drin kann man die unkraut düngen damit mehr unkraut kommt mehr unkraut ja die welt braucht unkraut ich gar kein unkraut da wollen wir mal festhalten da gibt nutzkräuter und es gibt normale kräuter aber kein unkraut noch mal dran ja guck mal da sind pestizide drin das war ein zufall ne das ist ja ein zufall vielleicht sollten wir hier mal ein unkraut weg machen es gibt doch kein unkraut ist so wie kaum ein unkraut weg schönes wort unkraut ein unwort ein unkraut wort so ja machen wir hier so und so und so so hätte ich noch keine resonanz zu meinem trecker gekommen noch weiß ich nicht ob ich mecker kriege oder nicht wir werden sehen auch kein ding hier heute schon wieder klos im hals gestern so toll heute schon wieder klos im hals los wo wir so war so machen hier das zeug wie und darauf geht's jawohl außer in wo hier dieses feld mal also von daher ist es schon okay so ja also ich habe mal geguckt ne den ich die hier wieder weg mache die ja das ist schon hier die hier die halt die gewächshäuser gewächshäuser genauso heißen die die nicht die weg macht kriege ich die hälfte kriege ich zurück und ja ob die dahinten wirklich besser stehen weiß ich überhaupt nicht weil ich meine gut ich kann jetzt hier natürlich dadurch in die länge die felder vergrößern macht sowieso wenig sinn muss ich ehrlich sagen weil man will ja noch drehen können das heißt wenn ich jetzt hier noch eine bahn dran macht er ist nur eine bahn aber da tue ich mich unheimlich schwer beim wenden deswegen eigentlich macht es nur sinn ein bisschen in der breite zu gehen und gut das wäre jetzt an der stelle dann hier hier könnte man sagen okay hier könnte man ein bisschen der breite aber wenn ich hier wenn ich den hier rüber setzt wenn ich wenn ich den treibhaus hier rüber sitzt hier rüber auf die seite vermassen du da aber du hast so wie platz hier vorne er doch da hin und für dich genau so zum beispiel so ja wenn ich das hier hin machen ja dann dann kommt er bis hier vorne an weg und auch dann habe ich hier nicht mehr sehr viel platz zum wenden für das feld also die könnte man in der breite könnte man die ohne weiteres machen wenn die den soweit sind wenn man sind die überhaupt so weit das ist die gute gute frage oder und mal gucken wann waren das hier ist der kalender kalender so ach du großartig ist ja noch ein jahr weg das ist ja noch ein ganzes jahr weg das ist ja weniger gut das einzige was man jetzt noch sehen könnte wäre gras aber ich habe nichts für gras überhaupt gar keine maschinen für gras null ich habe null maschinen für gras also gar nichts so zu sagen ich hab den und sind natürlich das ist das ist der normale grubber und dann ist der tiefen lockerer das ist der normale grubber ich hatte gesagt ich wollte ganz gerne größeren haben und sagen denn hier unsere aufträge und sagen denn unsere aufträge die sehmaschine wollte ich auch ein anderer haben muss man eben gucken was haben wir denn hier düngen 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 flüssig dünger mineral dünger feld 39 das ist von der so von der geld summe her würde ich sagen ist das hier ist das ist das naja und 8700 aber wir müssen die dünger kaufen und die dünger kostet glaube ich schon der dünger ja leider der dünger und der kostet 32 der flüssig dünger wenn man jetzt tiere hätte dann wäre was anderes dann würde man müll misstrau schmeißen oder mineral dünger kummer er kostet nur 1920 der kostet nur 1920 und wo kommt er rein mineral dünger der kommt auch da rein wo ich den kalk drin habe oder das sind 1000 liter als in 1000 liter und das hier das sind 2000 liter naja okay das ist natürlich ja im endeffekt alles wieder dasselbe 32 der kostet das ist sogar billiger der andere der flüssig der jahr 32 mache ich das die ich dünge ich gehe mal gucken ob ich da noch dünger rumstehen habe ich nehme mal die spritze mit dort macht sinn macht viel sinn weil wieder kann ich nämlich die feste die ziehe da lassen halt 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 noch mal dran danke so jetzt also noch mal eben gucken so düngen ernten dominiert ernten noch ernten war auch nicht so toll da waren die zuckerrüben übrigens habe ich gesehen ich habe gar keine 1000 gezahlt für die lok sondern nur 30 40 irgendwie sowas lohnt sich also auf jeden fall dahin zu fahren noch mal den rest zuckerrüben abzugeben das lohnt sich auch auf jeden fall raps naja ernteweizen 518 das ist lächerlich 518 ist echt grober und ist auch hier fehlt 68 jahre das ist ein riesenfeld flügen 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 könnte man aber ich habe keine flüge ich weiß nicht ob der tiefengrube da als flug gilt das müsste man mal ausprobieren einfach mal annehmen und wenn er nicht als flug gilt dann kann man sich ja einen flug mieten flügen was ist denn das hier 69 58 und 69 58 da ist 69 und da ist 58 58 58 soll ich das mal machen aber der ist so klein mein flug der ist mein tiefengrube der ist ja nur 3 meter den ich da habe da ist ja gar nichts spritzen sehen ja die kartoffel und so waren die erste mhm 73 2 6 das ist ja das ist ein hungerlohn das ist ein absoluter hungerlohn Freunde da wollen wir mal festhalten dann mache ich mit meinem treibhaus mehr Geld und brauche nichts machen da kann man gar nicht liegen bleiben na wir gucken mal jetzt mit den düngen hier ob wir das hinkriegen düngen guck mal hier 39 8000 ach komm wir akzeptieren den mal und der ist schon weg den haben wir überhaupt nicht gekriegt das ist ja super 41 41 42 machen wir 41 42 alles weg alles weg kriegen wir gar nicht die sind überhaupt nicht mehr aktuell die dinger 53 kriegen wir nicht doch da 53 den haben wir gekriegt ok 53 dann machen wir 52 auch noch mit oder flüssig Dünger ja den haben wir auch noch gekriegt 52 53 ok dann schauen wir mal wo das so ist 52 da ist 53 und da ist 52 ok die beiden Felder gehen wir düngen ok so jetzt ich habe gesehen wir haben ja auch noch Geld die sieht eigentlich aus wenn wir uns noch ein Feld kaufen abgeerntet die sind abgeerntet weil das da auf die 49 da ist Gras oder was ist da drauf wachstum weltfrüchte es ist abgehandelt ist abgehandelt und da ist 49 Mais ist da drauf boah Mais ist da drauf Kater schieben Land wie kostet er denn wie kostet er denn Konto stand 85 Wert 56 Wert 49 Wert 64 aber das ist schön das ist schön rechteckig ne aber was mache ich da drauf wenn ich das jetzt das ist jetzt abgeerntet was mache ich denn da drauf ich kann da jetzt gar nichts drauf machen ich kann da jetzt überhaupt nichts drauf machen nur damit ich es ab nur damit ich es ab kann ich jederzeit irgendwas kaufen Naja und wir gehen jetzt erstmal düngen wir gucken nochmal da können wir immer nochmal gucken so wir gehen jetzt düngen genau erstmal gehen wir hier die Pestizide weg bringen und dann gehen wir düngen, düngen der Grubber ja der Grubber liegt mehr im Magen das fühlt sich komisch an wenn man das so sagt der Grubber liegt im Magen ja ja das sieht schon sehr komisch aus eigentlich hätte man noch ein paar Bienen eben kaufen können ich wollte doch noch Bienen holen wo tue ich die denn hin? die Bienen hier vielleicht hier guck mal hier neben Haus das ist immer schön wenn man direkt neben Haus einen Bienenstock hat da kommt immer gut hier direkt ab Kinderspielplatz ja da macht sie nein natürlich nicht aber wo kann ich die immer hinstellen die Bienen hier ist sowieso Todesland ich weiß nicht 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 hier ist eigentlich auch Todesland ich könnte hier auch hinstellen die Bienen oder wir gucken mal ich muss aufpassen also bei Bienen bei Bienen musst du auch passen weil ich hab keinen Frontlader mehr wenn ich jetzt so einen großen Bienenstock hole den hier zum Beispiel ne äh ja nein ich will ich will ich will mit die Karte drehen ja genau so wenn ich jetzt sowas hier hole zum Beispiel ne dann äh brauche ich ein Dingens zum Abtransport dann brauche ich ein Dingens zum Abtransport für den Honig dann brauche ich ein na sag mal schnell wie heißen die Dinger denn so ein Dingens so ein Dingens halt da sind ah da sind 19 das sind hier mit so kleinen Schuhkartons naja was sind hier mit so Schuhkartons guck mal wenn ich davon zwei hole nur schon mal dass wir schon mal ein paar Bienen haben was ist denn hier drin Bienenstock Bienen produzieren Honig ja das steht da da in den zentralen Punkten gelagert welche separat gekauft und platziert werden muss ein Bienenstock in der Nähe eines Feldes platziert er wird sich bei manchen Früchten der Ertrag ja ja was ist denn das hier wenn ich das mal wüsste ne wer wo viel wie viel wo was an Honig kommt obwohl so ein Kartonkir so was finde ich auch schön aber ich muss sagen ich habe keinen bock nur weil ich mir jetzt so ein Ding ist hier wohl hinterher hat ein Ding ein Frontlader kaufen zu müssen für 40.000 50.000 oder was der kostet nur damit ich ein bisschen Honig abtransportieren kann ah wir nehmen wir einen und dann nehmen wir mal noch ein äh ja ja toll 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 ich sehe nichts unter uns mal da da kollision mit einem spieler ja dann geh doch weg du duer spieler wer mag das wohl sein dieser dumme spieler der oben steht so ihre bienen abtransport feld wieso kann ich denn da nicht noch näher ran zu mir das ist also überlappt mit einem anderen objekt da könnte ich hin machen da könnte ich da noch mal bienenstöcke hinter machen gucken wir mal was daraus wird aus den bienen hier stellen wir den honig rein und hier haben so schuhkarton mit bienen nicht stechen bitte so lange mal gespannt also wir wollten ja wir waren ja hier schwer beschäftigt stellt mich stelle ich gerade fest genau wir wollten doch den dinges machen in die grund die sprühe was sollten wir dümmen genau pestizide sind drin und wir wollten dümmen so was jetzt erinnere ich mich hier und hier sollen wir dümmen das fällt ok krieg ich hin sobald ich immer habe kriege ich das mache ich nicht das ich muck dich das warte ja ja also wie gesagt ich könnte ihn machen wenn ich jetzt das ist ja immer wieder ich erzähle immer wieder selber das ist wenn ich jetzt mit gras anfangen ich muss alles kaufen für silage jetzt habe ich gerade mal ein bisschen paar euros aber freunde der nacht soll ich euch das erklären ich weiß nicht ja so machen wir hier entladen 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 ja entladen wie wir entladen wo muss ich dazu mich dafür hinstellen oder wieder entladen ja wie sind wir noch wohl entladen entladen doch auch junge was ist denn hier 53 prozent ist ja noch drin ich habe hier muss ich den noch nicht einschalten oder das gerät zuerst ausklappen nein ich werde nicht ausklappen wir ja nur entladen ach komm schon entladen entladen auffüllen das hat rote das will ich aber nicht ich will entladen das geht nicht zu entladen dann ist ja super gut dass ich den auftrag genommen ich verstehe die welt nicht mehr ich will entladen nicht genug platz ja wie viel platz brauchst du denn so nicht genug platz ja moment moment so gar kein problem ja platz ist ja gar hier nicht genug platz nicht genug platz ah ja ok wo genau liegt dein problem wo genau liegt das problem ich würde ja gerne arbeitsbreite ändern für aufklappen entladen immer noch mach mal ab so jetzt noch mal wieder dran so und jetzt noch mal für entladen geht nicht you are a little bit of buggy äh ja nicht aussteigen das ist gut nicht genügend platz nicht genügend platz auffüllen ich mach mal auffüllen mal gucken auffüllen geht mal gucken aufgefüllt habe ich schon mal super jetzt brauche ich ja nur noch noch eine neue spritze kaufen zum entladen so hier geht nicht das ist ja ein bisschen doof ne das ist ja ein bisschen doof sag ich mal nicht genügend platz ihr lieben ich bin nachher wieder da einen Augenblick so da bin ich wieder und äh ja das Rätsel zu Lösung ist gefunden ich hab einfach nochmal einen ganz neuen Spielstand gemacht und hab einfach nochmal alles verkauft hab nur den Trecker gekauft und äh mit dieser Spritze dran und auch da war dasselbe Problem ich konnte nicht tauschen ähm das Problem ist oder entsteht durch die Bereifung das heißt wir müssen die Bereifung ändern machen wir jetzt das kostet uns tausend naja mein Gott ist halt so ne ist halt so Eckart so dann kommen die Doppelreife weg dann haben wir nur noch einfache Reifen wieder für alle die die sowieso gestört hätte und dann machen wir mal hier die Zwillingsbereifung weg nur noch die Pflegebereifung kostet tausend jetzt ne aber wo zu machen die ist halt so da hopp jetzt hat er nur noch Pflegebereifung drauf einfache ach halt 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 der war gar nicht dran und der vorne ist auch nicht dran was ist denn hier los wieso macht der die ach ja weil ich hab ja was geändert ich verstehe ich verstehe Eckart Moment so hier noch dran so jetzt aber rückwärts jetzt geht's los man 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 auch ein Mod-Fahrzeug ne also die Mod-Fahrzeuge muss man wirklich äh muss man wirklich mit Dingens also ne mit Dingens mit Vorsicht und so so jetzt hier zack guck wunderbar das war der kann das nicht zur Seite abwerfen wenn die Reifen da stehen dann ist zu wenig Platz das war das ganze Geheimnis so jetzt können wir auffüllen ok Dünger jetzt haben wir noch mehr Dünger hier Dünger Dünger das ist Dünger ne der blaue ist Dünger und der rote ist ja dann machen wir Dünger rein hier haha das ist ja noch niemals voll dann können wir ja noch einen Dünger gebrauchen die Sache dann wird nicht billig Dünger kauf die Nuss danke so und da steht er ja auch schon und auffüllt mit dem Dünger so wunderbar ja was soll ich euch sagen jetzt haben wir keine Doppelbereitung mehr hatten wir nur kurz oh oh wie schade naja ich denke er kommt auch so zurecht oder das war auch ein bisschen viel Show oder da auf jeden Fall super aus fand ich super Show so wo sind unsere Felder die wir bearbeiten müssen jetzt auch nicht die Aufträge sind weg weil ich zwischendurch ausgemacht hab jetzt mach nicht ich mach mal ach jetzt hab ich die Reifen gewechselt und dann nein nein mein Gott ja da Düngen aktiv 52 53 was hält 64 das ist doch ne 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 hält 52 und 53 muss ich machen wieso blinkt das nicht mehr das fehlt 52 hier ist sie doch hier das muss ich düngen so hier da kann man besser längs als quer fahren oder denke ich mal so mach mal hier so wir machen ja nichts kaputt wir haben ja die Strombereitung dafür haben wir sie ja so X mach mal auf gucken wir mal wie weit wir kommen hier und dann müssen wir mal gucken 53 blinkt gerade nicht ich sehe es gerade nicht so aufzoom 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 so hier hinten naja beinahe ich glaube das Lenkverhalten ist auch etwas einfacher für den Opa jetzt ich kann mir da doch schön reden aber ihr seht Mots sind immer so eine Sache ja das ist aber das ist aber Feld 52 mein Freund das ist mein Auftrag das ist mein Auftrag hier aktiv Feld 52 dafür habe ich jetzt die Reifen verkauft na ich meine ich hätte ja sowieso irgendwann über kurz oder lang mal tauschen müssen auch um eigenes Feld aber trotzdem ist es ja ach komm Leute ja ich breche das jetzt ab fehlgeschlagen ja weil du mich nicht lässt du bist ja vielleicht eine Pappnase du willst ja wieder eine Pappnase abschließen so noch was noch was was ich fehlschlagen kann 72 das ist ein da mit flüssig Dünger wo ist 72 bitte 72 bestimmt riesig wieder ne 71 ach das geht eigentlich das machen wir dann düngen wir eben 72 den akzeptieren wir doch düngen ja und was ist mit 77 das können wir gleich mitmachen düngen 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 77 jup machen wir ne den machen wir nicht der ist nicht reingegangen ach recht ey was ist ja mit 35 wo ist es 35 35 35 ist hier das kleine da düngen wir machen wir Feld 35 düngen jup das haben wir okay das ist ja super das hat hier also wirklich ey was soll ich dazu sagen da sage ich mal gar nichts zu da sage ich jetzt mal gar nichts zu freunde das hat ja wieder super hingehauen das hat ja super geklappt überhaupt kein zugang zu dem naja aber aber oben reinschreiben tut er mir den noch also ich muss echt sagen das spiel hat noch einige Macken wenn man mir denkt das hat schon seit 10 jahren alle 2 jahre kommt das spiel neu ne also heißt neu also ne dann muss ich sagen dass solche Macken da ist ja jetzt nichts wo ich jetzt sage oh da ist ja jetzt ganz was neues ist es ja gar nicht ist es ja überhaupt nicht 35 wo war der denn da wo bin ich da okay da muss ich aber auch okay da fahre ich jetzt hin da fahre ich jetzt hin ja da fahre ich jetzt hin fahr los da muss ich sagen also das ist eigentlich spricht das nicht für die für Giants muss man echt einfach sagen das spricht nicht für sie dass solche Fehler passieren dass du Aufträge annimmst und dann speicherst und an einem Tag oder irgendwann weiterspielen willst und der Auftrag funktioniert nicht mehr ist ein Witz ne ist echt ein Witz also pfff da soll ich dazu sagen dann ist es mein Gott das ist eine Zeile eine Befehlszeile die der Abspeicher muss mit Abspeicher muss wenn du speicherst und die speichert er nicht also ist schon der Honitüt ach komm wir fahren hier quer das kennen wir doch alle schon hier ja das ist ja unsere alte Strecke hier unsere Geisterstrecke der dicke gut aus wer hat er denn abgeerntet da war wohl ein Spezialist drin ja ja aber jetzt seht ihr mal so ist er da hast du so tolle Reifen ich hätte jetzt natürlich auch eine andere Spritze nehmen können eine die nicht so direkt dahinter hängt sondern die mit so einem Gelenk dahinter hängt aber warum soll ich das so jetzt muss ich schon wieder auf die Map gucken hier wo muss ich hin hin na da okay ich fahr ja noch relativ richtig so relativ so 35 da muss ich hin oh da ist gerade der Zug da ist gerade der Zug vorbei gefahren ich muss mal hier runter hier ist ja irgendwo hier ist ja irgendwo die Welt zu Ende weiß ich doch das hatten wir doch schon mal hier den Trick und auf einmal war die Welt zu Ende und dann bin ich gegen dieses Rot-X gefahren das war nicht so schön da gibt es schöneres hier ist Feld 35 hier das das hier das soll ich echt ist er doch ja ernst ach ja da steht ja doch drauf hab erst gedacht wir gar nichts hier so dann machen wir das mal so hier mach mal das wieder zu hier warte mal du besser ist das ja 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 also ich muss sagen ich muss ja ehrlich zugehen ich komme mit der Lenkung besser zurecht wenn die jetzt so ist wie sie jetzt ist aber trotzdem ist das ne das geht so nicht da geht es ums Prinzip hallo da geht es prinzipiell ums Prinzip aber sowas wohn da könnt ihr doch nicht mit mir machen hier guck mal das ist schon halb fünf im Oktober den Oktober haben wir aber ganz schön genutzt da wollen wir mal so festhalten so oh hier einschalten äh sagen wir mal B ach nicht doch guck mal jetzt habe ich doch Zugang zu dem Land vielleicht hätte ich doch ach das hat nur nicht geblinkt vielleicht hätte ich nur einen Meter weiterfahren müssen über ihn vielleicht tue ich den gerade echt unrecht den Giants dass ich hätte nur einen Meter weiterfahren müssen und dann wäre das noch funktionieren was auch immer das darf so nicht sein so darf das nicht sein macht mich hier nicht fällig Freunde auf gar keinen Fall ich habe das Recht zu meckern ich habe das Spiel gekauft also bitte ich bin Kunde Kunde darf meckern ist doch so ich dachte auch mal was so wunderbar dann fangen wir einmal rum einmal rum die Bum äh ja oder auch nicht wir können auch so machen das ist vielleicht besser so vielleicht so vielleicht besser so jetzt haben wir auf der anderen Seite mein Gott das wird jetzt bald wir waren auch dilettantischer Fahrer gerade hier diese Bäume wie man so einen langen Army ausgeschwenkt hat diese Bäume nicht so toll toll macht zusammen das wird eh nix so wie du machst du kannst wieder auseinanderklappen hehehe klappt doch ja komm schon ja wir haben kein Zugang zu den Feldern und dann fährst du Meter weiter und dann geht's richtig und dann wundern die sich dann wundern die sich auf einmal so dann geht er ganz schnell das anfing zum mitkorn obwohl der Fehler vielleicht sogar bei mir lag wer weiß wir hätten nur weiterfahren müssen Meter und dann hätte er gesagt ja okay du darfst ja doch ne aber ich stand ja eigentlich davor ich stand ja wirklich davor vor dem Feld also wieso sollte ich dann keinen Zugang haben da du hast keinen Zugang zu diesem Land ja ja ihr habt auch einen Nagel im Kopf so hier so jetzt machen wir nochmal hier eine Miete ist das die Miete? nö hmmmm warte mal wir gucken mal eben auf die Map der er inhalt wird gespeichert das machen wir da machst du euch schon ein wenig wo bin ich denn? sooo ähh die grüne machen wir aus ähh und dafür machen wir mal ge breaths und grau gedüngt ja ich stehe genau richtig ich stehe gold richtig so dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen einschränken sagen wir mal so so ein ding hier so das reicht schon wunderbar wie an ja ich weiß jetzt 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 habe ich zugang genau bekannt ja guck jetzt guck mal ja das sieht super aus wenn ich hier bleibt bin ich genau richtig so schön die spur halten und oben rechts in ecke gucken irgendwann steht da hier die opa ist für dich nicht gedüngt hat abhauen so guck mal da kommt schon wieder der zug da wo steht es denn man gut da bin ich abgeschlossen dankeschön so können wir zusammen klappen und jetzt müssen wir uns den nächsten machen der nächste war der nächste war 72 da war ein stück weg 72 72 72 dass er ganz andere seite hier ist hat ich würde mit dem zug fahrt bekommt er vorbei und die auch ich könnte einfach auch die schien fahren ich glaube nicht dass man das machen sollte aber ich könnte ich könnte aber auch hier erfahren hier und dann hier so lang dann komme ich da auch hin das mache ich doch ich hoffe dass ich das hinkriege so einmal aber einmal muss ich eben kurz rüber hier da habe ich ja wohl da habe ich ja wohl mal eben hier einmal kurz rüber nehmen so ja super super ja 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 da ist ja schön ich jetzt leute hallo das geht ja das geht ja alles hier nicht alles zurück hat hier den verschieben zurücksetzen da ist noch mehr da ist noch mehr zurück zu setzen hallo mal lassen ja 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 und einer geht noch okay danke und was sind jetzt hier nochmal rein in ein fahrzeug da ist doch alles wieder da also klappt nicht viel heute mit der aufnahmerei hier stehe ich gerade fest das läuft nicht so gut heute ich bin auch nicht so witzig irgendwie heute ist keine gute aufnahme tue aufnahme tut mir leid hat wohl zu machen ist halt mal so ich gibt auch mal solche tagen ja 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 ich weiß muss umdenken europa du jetzt hier da kommen wir greifen hier greifen die los jawohl so und jetzt fällt 72 mein gott durch eine träume gehörige da unten ist da kann ich aber hier war die dinge vorbeifahren und dahinter und dann dahinter rechts ich trinkt noch mal ein schluck kaffee besser ist auch der kaffee ist alle da kommt ja so weimar so ja jetzt machen wir jetzt hier rein und dann und dann werden wir hier ein feld werden wir hier ein feld werden wir hier befelden ach komm nein ja gut das schild war eh über was steht da drauf truck crossing ja weiß ich doch was ob ich das nicht wüsste ich brauch das schild nicht ich weiß was da drauf steht alles gut für mich ist das schild nicht so wichtig ach wir wollten hier noch den den eben noch den rest holen ne das machen wir auch noch eben warte mal genau wenn ich schon mal hier bin wir hatten ja gesagt ich zahl ja gar keine tausend für den zug ich zahl auch nur 30 oder 40 oder so da können wir den restzucker rüben da auch noch eben machen das rechnet sich doch warte mal da bleibst du hier stehen hier so am rand der verzweiflung so hier wir holen uns den zug 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 wir haben ein kleiner zug ich will den rest noch raushauen ach so warte mal da müssen wir eher drücken ne ja hier gemütlicher zug zurückgehen 2,6 kilometer hallo treibt sich doch nicht so weit rum da wunsch tja aber ich hab gar nicht mehr jetzt nach dinges geguckt bleib machen wir nicht mal trecker kaputt ja mit den doppel reifen das war hier schon wieder so eine sache ach ja aber was wollte zu machen wir sind ja kummer gewohnt unser leidenspegel ist ja recht hoch so und daher so hat 9,6 kilometer wo sind wir hingefahren weil er gerade noch zwei kilometer hallo letztes mal war er aber viel schneller habe ich den gerufen und da stand er praktisch schon wieder vor der tür ach dann gehen wir hier so lange radio hören in dem auto mal gucken ob wir hier reinkommen hallo miche mein mein skyrim türöffner besteck aus dem stand auf dem wagen gesprungen ja hallo da muss ja erstmal können das muss erst mal nachmachen und hier ist der hydrant aber hier gibt es kein wasser hier gibt es kein wasser an dem natürlich nicht warum auch da wäre auch doof und wie weit bis jetzt noch weg 8,4 kilometer sag mal der zug der kommt von da glaube ich heute diesmal kommt er glaube ich von da dieses mal kommt er von da dieses mal kommt er von da und wir machen wieder ein foto so sieht gut aus moment so ein foto ein anfangsbild ohne zwillingsreifen diesmal traurig 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 oh da guck mal jetzt kommt er jetzt hat er sich aber beeilt er mieten zug zurück geben da ist er doch ich sagte der kommt von der andere richtung hallo danke ich wollte gar nicht rein warte mal ach so so wie gesagt genau so n n befüllung starten nein zu korrig da sind sie genau lade rein die dinger schon drin ok n und los geht's fahr los jetzt jetzt mal in einer anderen richtung fahren können ja verkauf 789 immerhin immerhin und der zug hat jetzt gekostet 45 weil das war ja keine stunde das war das letzte mal wenn er eine stunde kostet 1000 aber ich habe ihn ja immer nur ein paar sekunden und dann kostet 45 das ist dann natürlich sehr viel günstiger so 700 für uns sehr schön die zuckerröben auch weg hat sich doch noch gerechnet ich habe gedacht das lohnt sich nicht aber doch das lohnt sich weil sich das doch lohnt so das ist ja ein unglückliches feld hier meine lieben das ist ja ein unglückliches feld so machen wir auseinander hier unseren und dann links haben wir da volle breite so muss es sein nun muss es sein freunde so machen wir hier so roll 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 jup einschalten unglücklich sein und einschalten habe ich gesagt ja welch wird es einschalten das ist auf l 72 hier ich will die nicht senken denn wir die kaputt die ist leer wieso ist die denn jetzt leer weil wir die zurück gesetzt haben sag mal was ist denn heute los das ist doch scheiße das ist doch echt kacke oder sag doch mal ehrlich heute erlebt ihr mal ein echt scheiß video aber ich will das jetzt auch nicht wegschmeißen deswegen ich fahre jetzt hin und fülle dann auf und dann machen wir weiter ist mir jetzt egal meine müde jetzt ist das leer die ganze füllung verloren wahrscheinlich beim zurücksetzen ist einfach ja genau einfach weg 3000 weg sind sie oh warum auch nicht ist ja egal der Opa hat doch hat doch gerade wieder 700 gemacht mit seinen Zuckerrüben mann 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 echt ey bloß weil ich hängen geblieben bin ich hab natürlich nie nachgeguckt oder warum auch wer denkt denn an sowas da bin ich ja schon mal froh dass der Tank vom Trecker nicht leer ist dass sie den mindestens voll lassen na dass er nicht sofort mit dem Reservekanister ankommen muss damit du es bis zur Tankstelle schaffst manchmal hasse ich dich spiel manchmal hasse ich dich mal so unter uns das ist nicht hier das ist nicht hier gelandet da muss ich nicht glauben ja mach wohl ist das richtige das blaue Zeug ja so Felsspritze auffüllen nein das war das falsche ich dachte ich sag gar nichts mehr ich sag da jetzt gar nichts mehr zu das ist das ist unmöglich hier das ist unmöglich Felsspritze auffüllen na voll immerhin und ist noch was ich glaub die haben das wieder reingekippt ich glaub das ist wieder reingekippt worden Gott sei dank aber ich bin mir nicht sicher aber könnte sein man 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 und ich drück da auf Start und drück und drück und was ist nix ist ach komm schon so jetzt aber nochmal jetzt wollen wir nochmal dahin oh wer hat denn das Schild umgefahren wer macht denn sowas also wirklich da müssen wir aber mal bei der Stadt anrufen ja geht ja gar nicht hier da liegt ein Schild rum da hat irgendeiner einen Trunkenboll wahrscheinlich bei Nacht und Nebel hat er den nur umgekippt den Schild was ist denn das hier das sind Datenviewee Containers na wir gucken später mal wir schauen später mal so ich hab tot gehört aber die Schranken sind oben ich vertraue mal auf die Schrankenwerte heute der Schrankenwerte ist mein Freund und hoffe ich noch so jetzt hier waren wir ja noch gar nicht heute das ist ja mal eine Sensation mach doch mal hier die Dinger auseinander ach ey mein Gott heute tut mir so leid was soll ich euch dazu sagen guck mal da kommt der Zug fahr doch mal mit dem Zug das ist ja auch möglich ich hab da glaube ich sogar eingestellt dass ich mit dem Zug mitfahren kann wenn der hier auf der Karte rauscht nee 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 so nicht so nicht Freund so nicht so ach wir könnten ja eigentlich mal hier ein bisschen sprühen da was sag ich guck mal da war bestimmt vorhin genau dasselbe ich war nur zu weit weg Millimeter und deswegen hat er das nicht mehr aber ich war irritiert weil er hat auch nicht mehr geblinkt die 52 und weil er nicht mehr geblinkt hat hab ich gedacht oh der hat mir den Auftrag geklaut und da geh ich euch jetzt immer noch von aus ich tue jetzt so als wäre der Fehler nicht bei mir ich tue so als wäre der Fehler worden aber nicht bei mir das kann ich euch schon mal erzählen Freunde ich weiß gar nicht wie ich das Feld fahren soll guck mal was das für eine komische Spitz hat ich weiß überhaupt nicht wie ich das Feld fahren soll sehr seltsam hier sehr sehr seltsam gut gut und ich habe auch keine Holztankwagen gefunden heute sehr die pünge alles sehr sehr die수 Mosk он fahren mal im kreis. vielleicht ist das eine gute sache. mal gucken, wohin uns das bringt. habe wir dann hinterher noch in der miete noch machen müssen. ich weiß sowieso nicht, was ist denn das überhaupt? da sind bestimmt wieder Rüben. da sieht so nach Rüben aus. dann fangen wir hier zurück und dann gucken wir mal, was wir geschafft haben. dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas mittendrin noch machen. naja, kriegen wir schon hin. naja, jetzt sieht auch wieder mehr wie ein Dreck aus, oder? sag mal ehrlich. und es ist für mich wirklich leichter, um die Kurven zu fahren. aber trotzdem, trotzdem ärgert mich das. vor allem, weil ich habe zwei Reifen abgegeben. ist ja nicht so, als hätte ich sehen, wenn ich jetzt zwei Reifen dazugenommen hätte, müsste ich 1000 zahlen, würde ich sagen, ja okay. die Reifen kosten halt. aber ich habe zwei Reifen, vier Reifen abgegeben und muss trotzdem 1000 zahlen. nur dafür, dass sie nicht abschrauben. und noch niemals die Reifen habe ich wieder gekriegt. die behalten die einfach. was für ein Betrug, ne? eigentlich sagt er auch mal was. sagt er auch mal was, Mensch. so, jetzt müssen wir gleich mal hier auf die Karte gucken. wo wir hier noch rein fahren müssen. so, ich denke mal hier so viel leicht. mal aufhören zu sprühen. und mal eben auf die Karte gucken. Inhalt wird gespeichert, weil dazu speicherungswürdig ist. so, Feldfrüchte, Wachstum, rot, Kraut entfernen. ja, das ist nicht mein Job. ich muss, ich brauche hier blau. aber ich stehe gut. so wie ich stehe, so wie ich stehe, kann ich weiterfahren. anmachen und weiterfahren. und fröhlich sein. so, einmal gucken. das schöne ist, dass das während der Fahrt geht. nicht direkt echt Zeit, aber doch schon relativ. ja, da bin ich gut. ich glaube, so bin ich gut. ja, so bin ich gut. mal ein Stückchen hier wahr. ja, sieht gut aus. mal ein Stück. ja, ist alles gedüngt. ich dünge dich das Feld. das kostet nicht die Welt. ja, ohne Art, ne, zu gucken. weil die haben ja nicht die Möglichkeit, das unten anzuzeigen. in einem kleinen Fensterbau. wie soll das doch gehen? wie soll das funktionieren? das geht ja gar nicht. und dann macht der Opa das eben so. oh, da fehlt noch eine Ecke. da fangen wir noch mal eben rein. ja, hier siehst du wohl. so. ja, dann fangen wir wieder zurück. sieht gut aus. fahr weiter Opa. mein Gott, schon einen halben Tank haben wir hier reingeschüttet. naja, was sollst du. ja, damit doch. trifft doch kein arm. aber wenn ich jedes mal anhalten, ne, läuft das weiter, oder? naja, wer weiß das schon noch genau. so. na, da fehlt noch eine kleine Ecke gleich. aber das kriegen wir hin. da kriegen wir hin. jetzt haben wir hier weiter. ja, hier machen wir zu, die Ecke. oben rechts in der Ecke gucken, wann die grüne Schrift kommt. vielleicht sagt der ja gleich schon, ja, fertig. haha, super. abgeschließt. das war's. Geld verdient. immerhin. so, dann würde ich sagen, wir beenden einfach diesen Monat. wir haben eh nichts mehr zu tun. unser Feld ist fertig. die sind gedüngt. die sind, äh, die sind gedüngt und die sind gedüngst und gebummst. so, jetzt sind wir hier nochmal eben. was machen wir hier? machen wir mal weg hier. das ist ja furchtbar. hutzputz. was? Radzeuge und so. ja, ja. äh, geht mal hier ab. abgeschlossen. 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 so, haben wir ein bisschen Kohle gemacht. immerhin 83. so, jetzt fahren wir wieder zurück. bringen unsere Maschine weg. sollen wir uns noch, ich glaube wir kaufen das noch eine Kettensäge auf dem Weg. damit ich in der nächsten Folge mal, wenn wir nichts zu tun haben, mal ein paar Bäume machen kann. gerade die so hier am Rand stehen, wo ich so, wo ich so drehe, weißt du. damit ich hier ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spielraum habe. ich glaube, das mache ich auf jeden Fall mal. die werde ich mir auf jeden Fall holen, die Kettensäge. die ist ja auch nicht teuer. und dann können wir das Holz auch verkaufen. dann haben wir die Kettensäge schon wieder raus. das macht Sinn. die könnte ich mir eigentlich direkt mit holen, mitnehmen. wenn ich jetzt da vorbei fahre, dann halten wir eben an, dann nehmen wir die mit. die kostet 1500 oder so, glaube ich. die nehmen wir gleich mal mit. die kettige Säge. ja, und die Bienen, da muss ich mal gucken. ne, also, ha. ich hoffe nicht, dass sie jetzt, dass ich mir einen Stapler holen muss, nur damit ich, äh, nur damit ich hier ein bisschen Honig verkaufen kann. also, wenn ich mir einen Stapler auch kaufen muss, dann kann ich auch noch mehr Bienen holen. dann ist halt alles kein Problem mehr. ich habe jetzt nur so wenig geholt, weil ich gedacht habe, ne, dann brauche ich das nicht. oh, Forstwirtschaft. Kettensäge, da. ach, es gibt mehrere. ach, der ist ja interessant. Null im Besitz. was kann die denn? Bäume füllen. Bäume füllen. Bäume füllen. Bäume füllen. Das ist alles dasselbe, ne? die machen alle nichts anderes. dann nehme ich die Stihl. ja, die Stihl hat Stihl. Mausrad drehen. oder eins oder zwei und der Tattoo drücken, um die Kettensäge zu wechseln. wie wechseln? ich habe da nur eine. hm, was? was auch immer. ich habe die anscheinend jetzt in der Hosentasche. Hauptsache, die wird nicht an. was denn, Jasmin? ja, es wäre ganz gut, wenn du noch mal kurz gehst, bevor du dich hinlässt. weil das ist sonst zu lange. die mama war ja heute sehr früh mit ihr. so. dann fangen wir jetzt zurück. und dann, wir haben ja den neuen Hänger. haben wir den neuen Hänger gekauft? ja, ne? ich meine ja. gut, dann haben wir den neuen Hänger. und dann werden wir da den Pullpacken mit uns. und dann werden wir Millionen und Abermillionen werden wir dann machen. also hier ist ja gar nichts. da drüben den Großen. naja, den Großen würde ich eigentlich gerne stehen lassen, wenn ich ehrlich bin. muss ja jetzt nicht, ne? so, hier. halt. halt hier. hin. hier hin. stopp. hier stehst du gut. stell dir das Ding. danke. so. ja, das muss schon sagen. wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, er sieht mehr wie ein Dreck aus als vorher. so, jetzt gucken wir mal eben nach unseren Honig. haben wir schon Honig? haben wir schon irgendwas? nein, kein Honig. so, wo haben wir die Kettensäge? ah, da. also das ist zum Beispiel so ein Baum, den möchte ich stehen lassen. aber hier hinten. hier hinten. hier hinten. hier hinten. hier hinten. hier hinten. die Dinger hier. die würde ich gerne wegmachen. der hier. der zum Beispiel. ah, wie geht denn das? ich helfen dir überhaupt nicht. wie geht denn das? wie benutzt man den denn? Also mit 1 und 2 kommt da. Was sehe ich denn da ab? Äste? Ich will doch... Wie mache ich das denn, dass der quer sieht? Also nicht so, sondern so, dass er den Stamm so absinkt. Geht not, Freunde. Ja, so macht er nur die Äste ab, das ist ja sehr schön. Da bin ich ja sehr, da bin ich ja bei euch. Aber ich will ja den Baum fällen. Also praktisch, ne? Ach, komm schon. Das heißt, wir machen das beim nächsten Mal, oder was, ne? So wie es aussieht. So wie es aussieht, machen wir das beim nächsten Mal. Oder haben wir hier eine Hilfsfunktion, ne? Ach mein Gott, jetzt fange ich damit auch noch hier an. Echt jetzt? Kettensäge, Gras, Geld ausgeben. Geld ausgeben, da kann ich auch so. Da brauche ich keine Hilfe für. Forstwirtschaft. Vom Bäumchen zum Häckselschnitt. Das ist ja super. Ihr erklärt hier aber nicht die Kettensäge, oder? Nicht wirklich. Da ist keine Kettensäge dabei. Verbesserter Ertrag, Traubenschnee, Allgemeines, Tierarten, Abfälle, Helfer, Symbole, Baumenü, Transportkarte, Allgemeines. Tja, das ist ja super. Geld verdienen. Geld verdienen. Gewächshäuser. Das haben wir schon. Rohstoffe, Finanzen. Brutter, Abfälle. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie wäre denn, wenn ihr jetzt hier mal... So. Und dann guckst du mal hier. Guck mal. Steuerung. Ja. Handgerät wechseln. Karte vergrößern. Werkzeug aktivieren. Ja. Und jetzt? Und wie geht's weiter? Ich geh nochmal zu dem Baum da hinten. Handgerät wechseln. Dann ist die mittlere... Ja, das weiß ich doch. Aber... Ich hab doch nur eine Säge. Ich brauch doch nur eine Säge. Werkzeug aktivieren. So. Das mach es. Das läuft ja auch. So. Und was ist da nicht rechts mal? Rotieren. Ach. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant, Freunde. Aua. Uh. Aua. 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 So geht das. Guck mal. So geht das. So. Hier. Mach ihn klein. Äh. Ja. Nein. Pass bloß auf. Kinder. Mach da bloß nicht nach. Was schneidest du denn da, Freund? Das ist doch nur so ein dünnes Estchen hier. Bist du sicher? Aha. Hier. Aha. Guck mal. Man kann auch so. So halb schräg von Seite und vorne. Ja. Grün muss es sein. Dann ist alles gut. Hier. Guck. Super. Jawoll. Auch grün. Alles durchschneiden hier. Alles weil grün ist, wird durchgeschmitten. So. So. Äh. Ja. Äh. Ähm. Hier. Mach mal hier. Schneid mal hier was ab. Äh. Was? Einfach verschwunden. Das ist einfach verschwunden. Wie kann er denn einfach verschwinden? Hier. Schneid ab. Jawoll. So. Was haben wir denn hier? Gewicht 15 Kilo. Aha. Das ist ja super. Und das hier? 91 Kilo. Guck mal. Weil wir hier stark sind. Guck mal hier. Ja. Hinschmeißen schonmal. 17 Kilo. Jawoll. Das sind ja alles kleine Teile hier. 35 Kilo. Aber ist ja egal. Hauptsache wir haben hier den Platz. Das ist ein Heemit. Den würde ich ja ganz gerne noch. So. So direkt über den Boden. Wenn es geht. Dann kann man die nicht so kippen. So. So. So halt. So kippen. Aktivieren. Handgerät wechseln. Ne. Dann kann man nicht so kippen. So. Da unten. Schneid den da unten ab. So tief wie möglich. Immer von hier. Ja. Komm da. Ja. Schneid doch ab. Ist er schon ab. Oder nicht. Jo. Ist es. So. Hier haben wir ein bisschen Holz. Ja. Also wie gesagt. Die Dinger hier. Ne. Die kann man noch raus holen. Wahrscheinlich. Aber. Wahrscheinlich braucht man da. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. So. Hier ist das Feld. Stört der mich auch noch. Oder muss der nicht weg. Das ist die Frage. Stört er oder stört er nicht. Ich mache weg. Ach warte. Warte. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt. Und beim nächsten Mal schlafen. Boah. Und dann gucken wir mal. Was wir noch zu tun haben. Und wenn wir nichts zu tun haben. Fällen wir noch ein paar Bäume. Und bringen Holz weg. Das würde ich sagen. Ist unser Plan. Für nächstes Mal. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Trotz der ganzen. Ach. Schwierigkeiten. Und Fehler. Und. Ach. Hast du nicht gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mal's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa. Tschüss.